Ihr begehrt es um, der soll es voll speichern, die heute die Deckel teurer gehalten werden wie die welke Welme. So, hier ist es, dass wir die Deckel teurer gehalten haben. So, hier hätte ich für heute den ersten Runde Kaliber. Ich glaube, mir hat wohl noch keiner mehr stehen. Bis jetzt, was haben wir für einen? Ein Turbo, das ist ein Zwo-Liter. Zwo-Liter Turbo Allrad. Das geht ordentlich. Wie viele gibt es noch von denen? Also, in Deutschland noch 500 angemeldete. Ich habe die Variante mit dem Motor und dem Allrad in dem Weckrad schon mal erlebt. Auf der Rennstrecke, das ist schon abgespult. Und 290er. Einer von dem ersten Tourbus, der es überlebt hat. So, weiter geht's mit einem Ursprungsenator A2 von 1985. Für was geht das A2? Das ist ein Baselift. Okay, das ist ein Baselift-Variante. Hier haben wir einen Automaten. Und der Rest sind alle verletzten original aus. 2,2 Liter Rundrauch und 2 Kilinder. Ja, Mike, du lernst langsam. Aber du musst noch viel lernen. Also, die 123 sind die Runde aus dem Baulern. Und die 60 Kilometer. Merseys. Ketten. Das war die Ecke, die wir auch agenziell machen, die lassen wir erst mal in der Tasche. Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Das ist hier. Also, wir können das hier sehen. Was ist hier? Ja, das ist hier. Wo kann ich. Ja, das ist hier. Das ist hier. Das ist ein Fahrzeug, das ist ein Fahrzeug, das ist ein Fahrzeug. Ich hab alle die Bette, die in der Bette. Ich hab alle die Bette. Das war's. Ach, kennzeichnet auch, weil er ja genau so war. Ich hab alle das Team. Ich freu' schnell wegschneid' euch neue Batterie, von einem Bette. Super. Aus dem Jahr? Sieben und sieben und sie haben uns den U-Bau, so haben wir den Auto gemerkt, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist das für den Motor? Also haben wir hier einen 3 Liter Motor gebaut. Vielleicht haben wir die Motor mit dem Unterlegen geführt, oder? Weil wir fahren die wir in der Ort anmachen. Der Auto war der 60er Jahre, mein Vater, ich war auch unbekannt. Der Motor ist damit nicht so schön, dass ich die Motor, das ist nicht so schön, ich wollte mich sagen. Der Motor ist aber großartig. Ich bin immer noch ein bisschen auf die Lucky attribute. Mein Auto ist dort so schlimm, das ist der Motor. Das ist immer so schlimm, dass wir nicht so schlimm sind. Doin Wunder. Karrera Laca. Warte, Adoban. So, Mo. So, prima, Lawe. So, we're going to have to go. Also, wenn wir uns in Polen fahren, Karrera. So, Heiden, März, Degedet. Jetzt werden wir mit dem Flasen zusammen gehen. Wunderbar.